ja die jahre leute nahmen herzlich kommen jetzt einer weiteren folge mein kürz der gilt sein mages und ich habe Kohle gefunden ja ich habe ganz viel Kupfer und ihr seid ihr hat uns erzählt er hat ein Rift gefunden eben jetzt machen wir ein bisschen wüfte er bringt aber mal meine öfen mit und das was drin ist nein wir nehmen jetzt vielleicht nicht mit und markus ein diskoniert lol ja ich habe keine lust mehr mit uns zu spielen ich habe nie lust mit euch zu spielen meine schlechter schweiß achst du nur das geld deswegen ich hab's nur wegen Geld ich hab bezahlt ja ich bin nicht gut genug bezahlt ja nicht genau ich fordere jetzt 1000 pro Sekunde das ist ein bisschen orbs das sind wir dabei kommt einfach zu mir brauchst du noch die Koordinaten am besten oder? ja wäre vielleicht eine Idee und ich mache mir mal einen Wegpunkt hier bei den Kisten nicht dass sie dann irgendwo im Arsch der Welt rauskommen ne bringt sie mit, bringt die Kisten mit nein wir nehmen das nicht mit wir fracken dann da drin zum Schluss ja ich habe doch Betten und ich habe hier schon Häuschen gebaut achso ok nein ich sag jetzt da nein nimm dir das es ist explodiert und es ist auch explodiert so nimm alles mit pack ein Junge damit sind halt wichtig ne damit sind wir nicht weg ja das Gold das muss auch vielleicht damit nehmen damit ist das Geist hier ist auch noch was hier ist auch noch was hast du das? hast du nochmal ein Skin? habe ich nicht, habe ich nur bei dir dann gehst du halt wieder ja dann fällt es halt bei dir immer wieder da ist auch noch was drin neul du kommst denn ja so bist du jetzt bräuch ich die Koordinaten bitte äh 302 615 also 300 minus 302 plus 615 da lang ne da lang von unserem Ofen rechts rum rechts leicht schräg rechts ich habe einen Wegpunkt Markus folgt mir gut 178 Meter in diese Richtung let's go wer hat jetzt eigentlich alle Äpfel? ich gut wir können ja währenddessen einfach noch Bäume kloppen und Äpfel sammeln da es regnet Äpfel und ah da Apfel zieh er hier hoch ey Foto du bist für einen scheiß Weg gelaufen dann muss man da und hoch und runter und so ja und? wie fühl ich etwa? da muss man sich bewegen da bin ich dagegen ich bin gamer ja der ist fett und schwitzig ja und ich zieh mir immer und hässlich ich zieh mir immer so ein T-Shirt mit Kaffeeflecken an wenn ich anfange zu zocken damit ich mich männlich fühle und nackt mit T-Shirt mit Kaffeeflecken ja da fühlt man sich auch nackt und warum nackt oh ich hatte auch grad Junkbugs oh geil ich hab yes ich hab das gute Zeug gefunden das muss auf jeden Fall mit Markus hast du es eingesteckt den Rest? Ja 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 dass dieses Quarz was ich da grad gefunden hab das müssen wir unbedingt mitnehmen ich hab hier auch Legs schau mal schau mal das jetzt ist der schon pack weg hast du schon eine Tür gebaut? ja ja dann setze hin ja seid ihr schon da ja so was machen wir jetzt? nicht schlafen können weil es Tag ist gut dann gehen wir noch ein bisschen sammeln also der Wift ist hier oben war alles eingepackt aber ja schon ich hab's gesehen ja ich packe auch Momentzeug weg ich hab hier schon sortiert also bitte sortieren es auch gleich ich mag es uns sortieren ich sortiere auch ein ich bin eigentlich so ein Team Manager aber jetzt grad nicht sortieren nur wenn jetzt irgendwas bauen dann bin ich sortieren hier aber das ist ja nur eine Missgeburt das ist ja ein Traumhaus das ist ja ein Traumhaus du hast ja hier deine Wohnung bauen wir bauen nirgendwo das ist Traumhaus Surprise oh hier ist for beef weißt du Marco sie zeigt dir wie man sortiert ja mit einem Klick und kann ich auch Sotay ah hier da Holz rein okay das hab ich verstanden oh es wird Nacht das mit dem Holz hab ich verstanden Futur es wird Nacht ja ich komme ins Bett die ich hab grad noch Kühe ja nicht Kühe kannst ich später gehören deine Mutter ruft Mama Mama esse Robert Kevin 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 oh Kevin ist einfach raus ich will Decke schlafen ich packe hier mal das ganze wichtige Materialzeug rein ihr solltet das geile Zeug dester 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 ist das schon dunkel genug man Foto Kompagnon Foto Kompagnon Foto Kompagnon Foto Kompagnon jetzt hat sie erst mein Bett ich will links schlafen ich will links schlafen da muss man den Weg zählt ich will gar nicht schlafen bin auch im Bett geht's ja und du willst noch elf Kupferabhüb noch elf Kupferabhüb Tütze Juuu man wollen sitzen yeah was haben wir hier crap nein hier alles sachen weg alles sachen weg nicht alle mit ich nehme eine Kiste mit ich nehme Steine mit ich nehme Steine mit stimmt Steine ist eine gute Idee eine sehr gute Idee ja mir viel zu viel ähm wir brauchen noch äh hat jemand noch Äpfel oder sowas ich habe noch 5 Äpfel aber wir finden da drin eh genug zu essen gib mir mal 3-4 ja wollen wir eine Waffe? ne ne? hab ich auch dabei hab ich auch eine dabei Gott jetzt kann Kurs gehen hopp 1-2-1-2 he ich könnte jetzt das so netten Cliffhanger machen aber leider ist die Folge noch nicht lang genug nein die machen wir jetzt dann werden sie ja auch angekündigt ja ich geh rein boah deswegen hat es vorhin kurz geleckt weil du hier rein bist wuuu ah die pressure blade hier kenn ich die ist ungefährlich da kann man rein wuuu das sind drei Kisten ich nehme die Linke oh ich nehme die Mitte ich habe Brot gefunden Eis, Gunpowder, Copper Logics Matrix Pro ja die Dinger findest du überall nicht check nicht für was du die brauchst und ich hab äh ich will mir ein Hobbyraum aus dem Stein hier bauen der nämlich schwarz und imitiert Licht der ist richtig geil ich habe auch schwarze mit das ist auch egal ja schön nochmal und die Dinge nimmt nimmt die Ruppen jetzt den Dinger auch gleich mit alles mitnehmen ich bleibe auf dem Ding draufstehen baut am besten aber pass auf nicht dass du so ein Ding anschaust ne was er diese rumfliegenden Augen dann kommst du ins Ding oh ich wurde in die Wand geballert dann kommst du ins wie heißt das ins Nichts halt in den Tod auf jeden Fall in den also die Tür hab ich freigegraben hier da kommst du wieder raus ja da kommst du raus die Tür hier müssen wir nehmen doch doch nein Iron ist immer tiefer rein hä? wo seid ihr hin? ich bin durch die Eisentür klick die Eisentür an und auf dich Moment, Moment mit Eisen kommst du immer tiefer rein ok und mit Holz kommst du wieder eine Ebene höher wir sind jetzt quasi in der zweiten unterirdischen Welt damit würden wir jetzt wieder in eine erste unterirdische Welt kommen wo seid ihr jetzt? ist er durch die Eisentür ja das heißt ich geh wieder zuerst rein weil ich aufnehme was machst du? und ich bin wieder außen ich geh wieder zurück ich war wieder in der Oberwelt hier gut zerbringt uns nichts am besten immer Blöcke setzen nicht das in ein Loch rennen ja da ist wieder eine Eisentür ich muss durch ich nehm auf geh halt vielleicht sterbe ich auch als erstes ok es ist eine Kreuzung hier sind drei Türen ja ne das ist echt gut wir sollten mal die Kiste wir setzen mal in die Kiste hin machen das Zeug mal rein was wir finden weil es gibt ja auch Dinger mit TNT das wäre sehr umgekehrt ich markiere uns mal in den Rückweg das wäre vielleicht auch ne Idee ja das kannst du machen oh fuck oh god was ist da unten? noch mehr ja das sind zwei Eisentüren ja hier hüben sind auch nochmal Eisentüren mach du haltiger geh mal links rum ja aber ihr sollten uns erst markieren und auf mich warten ja das Ding ist es ihr sollten uns markieren wo wir hingehen und ihr seid nach rechts gegangen übrigens weil die Tür hier kam wenn wir her ja genau gut dann rechts rum hier rum vielleicht weil ich pack auch mal hier rein was ich so hab aber die Dinge die Logik Matrizenprogramme sind gut die brauchen wir echt? ok ich hab die noch nie benutzt für irgendwas die brauchst du um so UU Meta Dinger zu craften hier rum ja stopp erst wieder marken oh ich hab keine Steine mehr ich hab noch ok hier ist ein Labyrinth ach toi ah lieber bleiben wir zusammen ja mal hier rein hier nix ok hier geht es wieder eine Ebene nach oben ich guck mal wo man hinkommt Oberwelt irgendwo in den Dschungel eh stopp haben wir uns jetzt markiert wo wir herkamen mach die mach die auf der Seite die Steine weg oder so was hierher kam ich bin unter Oberheuch wir kam hierher ne ja mach hier der Cobblestone hin so Kies ich hab Kies das ist jetzt mal eine interessante Folge schon in der vierten Folge machen wir das sonst ist so ein Käse hier Eistür aber Leute wisst ihr was stopp nicht durchgehen wo sind wir weiter hin die Tür jetzt sagt hier die hier da geht's noch mal runter ja wir nehmen zuerst die Tür hier wo Foto es sagt Markus muss aus mir rausgehen damit ich was abbauen kann so wir nehmen jetzt diese Tür hier und damit Leute würde ich sagen oh da geht das ein Loch gewesen sehen wir uns in der nächsten Folge wenn wir durch diese Tür hier gehen was ein Cliffhanger sehr gut ciao ciao he da 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 Vielen Dank.